Hallöchen YouTube, hier ist wieder euer CotixD! Ja, willkommen zur nächsten Runde Let's Play Minecraft Bad Wars! Jaaa... Wir spielen auf der Map Casino und ich hab's jetzt so eingerichtet dass es jetzt vielleicht nicht mehr so laggen sollte denn ich habe die ähm älteste 1.7 Version genommen, die ich hier auf meinem Minecraft zur Verfügung hatte ähm, das macht das ganze ein bisschen lag freier hoffe ich zumindest aber es läuft auch schon mal ein bisschen besser als sonst ja und hier hat wieder einer den ungespielt Skin das geht so nicht na so, jetzt haben wir auch genug für eine Steinspitzacke ein Goldschwert und den schlechtesten Kettenbrustpanzer da in die Mitte baut sich grad schon einer hin so jetzt sind wir auch schon voll ausgerüstet und wir rushen jetzt einfach mal das ist in, bei dieser Map richtig geil das rushen das macht hier mega viel Sinn einfach mal oh man oh man jetzt lag ich hier grad mega oh man oh man der hat ein Schwert aber wir auch wie sollen die sich doch da kloppen oh ne da geh ich jetzt auch nicht hin nur ein bisschen Gold ach das ist unser Teammitglied oh mein Gott wir sind grad richtig am ähm hä grad richtig am Arsch grad richtig am Arsch so so wir haben kein Fressen so holen wir uns erstmal welches das so ich überleg grad ob ich mich zu so einer Insel rüber bauen soll aber ich glaub ich glaub ich glaub das lade ich mal lieber so nur ein einziger Rutschgold ja da ist er mega komm schon jawohl jawohl ja wir haben Bogen wir haben Bogen safe jetzt müssen wir nur noch nicht runterfallen oh mein Gott das ist so irre einfach jetzt schon ein Bogen läuft so jetzt holen wir uns noch eine bessere Spitzhacke und jetzt haben wir auch noch ein Goldsaal so bisschen sortieren ist das Level 1 oder Level 2? auch Level 1 haben wir selber aber oh ja jetzt kommen wir uns jetzt ist schon mal Level 2 wobei jetzt können wir uns Level 2 holen jawohl aber erstmal den besseren Brustpuncher und dann das Goldschwert und und das Goldschwert Level 2 dahin hey you hier so das können alle haben warum hab ich das eigentlich direkt in den Weg geschmissen ey so und so jetzt sind alle anderen die noch keinen Bogen haben echt echt schwer zu bekommen äh echt leicht zu bekommen die anderen eher schwer Team Blue oh fuck oh fuck das war jetzt leicht dumm von mir egal ja als ob ich dich nicht gesehen hätte bau doch bau doch was ein kack jetzt fall ich hier gleich auch noch rum jetzt kommen die von der Seite was soll das denn sagt es mir sagt es mir sagt es mir so erstes Mal drittes Mal jawoll das war jetzt grad ne Serie das nenn ich geil ich so hat wer Gold ich weiß gar nicht ob wir grad nur Gold haben interessiert mich aber auch Mann! 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 Nein! Das darf doch nicht sein! Das darf doch nicht wahr sein! Warum bin ich immer der Doofe? Immer! Mal im Ernst! Jetzt kann ich hier wieder von neu anfangen. Ach Mensch! Schlechte Verarsche! Gerne. Nehme ich gerne an das Geschenk. So. Hose, Helm, Stiefel, Höh? Level 1? Ach da. So. Level 1 kommt da rein. Und erstmal ein Schwert. So. Löcke. Ein besseres Schwert, Entschuldigung. Packen wir mal für den Ersten, der stirbt, hier wieder was rein. Oh, das war jetzt nice. Oh, da hat einer aber viel Bronze hingeschmissen. Der mag wohl die Bronze nicht so gerne. So. So. Sollte jetzt aber auch reichen für's Erste. Wie gesagt, für's Erste. Insgesamt reicht's natürlich nicht. Wir brauchen einen Bogen. Ähm. Ja, ja. Das macht dir doch bestimmt nichts, wenn ich mich hier rüberbaue. So. Ja, klar. Sorry, wir sind der Erste, der stirbt. Aber ey, nee, doch nicht. Ach, Mensch. Alles so traurig hier. Alter. Ich, ich rush jetzt einfach. Ich kauf mir noch ein Schwert. Was? Nein! Nein! Unser, unser Bett wurde abgebaut. Ich brauch jetzt aber auf jeden Fall noch Blöcke. Ich brauch auf jeden Fall Blöcke. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber egal. Und ganz, ganz viel Essen. Ganz viel Essen. So. Das ist jetzt leicht doof gewesen. Ach, Mensch. Ach, der ist jetzt da oben. Auch nice. Siki. Ja, dann kommen wir halt hinterher, ne? Dann kommen wir mal hinterher. Lol, wo ist der hin? Wo ist der hin? Das macht mir grad leicht Angst. Oh, wischt ihr was? Dann machen wir uns doch hier. Ein bisschen weiter abseits. Von, äh, von den anderen. So können wir nämlich schick überleben. Da unser Bett, da unser Bett ja zerstört wurde, machen wir uns dann hier hinten so eine richtig schicke kleine Base das. Legen natürlich alles mit Sandstein aus, damit wir auch den Weg wiederfinden. Ach, Mist. Damit wir auch den Weg wiederfinden. so. So. So und so. 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 Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ne Ausweichstation. So. So. So und. Wow. Ich hör hier einfach nur Explosionen. Puh. Nicht nett. So. Dann wär das auch geschafft. Puh. Okay, Ausweichstation. Haben wir jetzt auch. Der schießt auf uns. Der schießt auf uns. Der schießt auf uns. Der schießt auf uns. Und hier nicht ganz viel Eisen. Ganz viel Eisen. Oh. Das ist gut. Jetzt nutzen wir mal sofort das Gold. Haben wir jetzt schon Kettenbrustpanzer Level 3? Ne Level 1. Oh, 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 oh. Oh. Eigentlich mal. Better. Wenn wir uns jetzt mal hier ne Rüstung kaufen würden. Das haben wir grad in der Eile ganz vergessen. Und zack. So. Nahrung haben wir noch. Ähm. Heilungstränke wären ganz gut. So. Schnelligkeitstrank können wir eigentlich auch noch kaufen. So. Mh. Haben wir Goldtrade Level 2. Ne Level 1. Das kaufen wir uns dann auch noch. So. Und dann kann der Rest hier auch gerne rein. Level 1. Wow. 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 Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Wir müssen hier weg. Wir müssen auf jeden Fall hier weg. Unser Team wurde gerade ausgerottet. Jo. Wir sind tot. Nice. Nur noch zwei blaue übrig. Das ist doch zum Verfluchen. Boah. Alter, was haben denn die blauen hier mit ihrer Base gemacht? Alter, voll verunstaltet. Die haben sich schön fein... Ha. Nice. Ja, auf jeden Fall, wenn man ein Kind... Recht gut, wer hier seine Wege besser gesaved hat. Auf jeden Fall. Die Roten. Die haben hier richtig schön was draus gemacht. Oh, man. Eigentlich recht schade, dass wir jetzt schon raus sind und dass wir verloren haben. Aber die Map spiele ich auch erst so ein zweiten Mal. Ungewohnt. Ja. Auf jeden Fall, äh... Dann beende ich hier mal die Runde und sage Tschö mit Ö.